Jetzt wird es lustig. Jetzt wird es lustig. Kann ich nochmal neu laden? Wenn will ich eigentlich nicht. Ich finde das hier sehr modisch, sehr sexy. Das ist sehr sexy. Der Bikini-Panda. M75. Das ist halt die Waffen stark genug für die zwei. Ich bin mir halt nicht sicher. Das ist natürlich auch. Hier kommt man halt nicht rein. Also entweder oben oder unten. Das ist die Sache halt, was ist besser. Ich weiß es halt nicht. Ich mag nicht. Ich kann wirklich nicht mehr zu den kurzen Dingern hin. Ich muss es halt. Komm her. Komm her. Komm her. Die hat aber auch gefressen. 66 0074. Müssen wir uns das merken? Es wird so sein, dass wir uns das merken. Es wird so sein, dass wir uns das merken. Und der Püppchen. Und der Püppchen. Ähm. Okay. 6, 3, 1, 6. Machen wir jetzt hier Zahlenrätsel. Und der Püppchen. Gönne. Oh. Die höre. Die. 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 ein bisschen mit absicht aber nur ein bisschen vielleicht gehen wir halt erstmal oben lang eigentlich will es eigentlich jetzt wissen was da ist das problem ist wir haben nicht genug aus da steht auf jeden fall zu machen und Hübschen. Die Kultur macht halt auch nicht viel besser. Warum nur da? Ich kann jetzt nicht. Also ich finde den Panda ja fast noch am besten. Obwohl es hier ja natürlich auch nicht schlecht aussieht. Ja, die Puppen... ...machen es mir halt irgendwie nicht leichter. Ah, shit. Ich dachte nicht, dass sie da durchkommt. Das ist schlecht. Stamm. Wir hätten nicht den Äpfel nehmen sollen. Wir hätten direkt das Königvon nehmen sollen. Make-up und verschiedene Frisurwerkzeuge. Zur Vorbereitung auf die Show. Make-up und verschiedene Frisurwerkzeuge. Zur Vorbereitung war hier. 4, 9, 4, 7, 0, 4. Jetzt haben wir schon 4 gezahlten Dinger. Ja, keine Ahnung für was. Wir spielen dann das lustige Spiel mit den Zahlen. Wir haben nur noch... Wir haben nur noch... Eine ganze Menge unterschiedliche Ornamente. Offenbar braucht ihr eine Kombination, um sie zu öffnen. Hier liegt Munition. Das ist doch bestimmt... Ja. Hat nicht geläuchtet. Also die Mimik kann man recht gut erkennen. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass man die so gut erkennen kann, aber... Soll mal recht sein. Und hier unsere kleine Täti. Süß! So ein Spielteil habe ich mir als Kind immer gewünscht. Oder eigentlich jetzt immer noch. Ah, schauen wir mal, was wir da haben. Lamm, Kuss und Pfeile. Okay. Etwas bemerkenswertes? Null. Also eigentlich sollten wir alles untersuchen, wie es aussieht. Sind die hier immer noch am interessantesten mit den Panda-Kostümen. Am besten gekleidet, was die hier. Die haben wir schon. Nein, ich habe auch noch nicht. Eins, sechs, sechs. Eins, sechs, sechs. Das lässt sich wenigstens gut merken. Eins, sechs, sechs. Ja. Das Leben ist eigentlich, was ich jetzt sehe, wir haben halt... ...die 36 Schuss. Geht sogar. Ja. Probieren wir einfach mal eins, sechs, sechs. Okay, das funktioniert schon mal nicht. Dann probieren wir... ...sechs, sechs. Sechs, null. Null. Sieben, vier. Ja. Drei. Eins, sechs, 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 fünf, fünf. Null. Sechs, acht, null. 4 9 4 Nein, nein, vier, sieben, fünf, vier, sieben. Ich habe alle falsch. Also, ein Steck-Decken. Ein Steck-Decken. Haben wir probiert. Fünf, fünf, neun. Fünf. Fünf, neun. Fünf, neun. Fünf, neun. Fünf, neun. Fünf, neun. Fünf, neun. Jo. 1, 6, 6 haben wir halt probiert. Ich kann ja nochmal alles durchgehen. 1, 1. Dauer ab. Nö. Ich möchte aber hier noch was anders machen, außer... Nö, ich müsste sofort aufgehen. 5, 5, 5. 1, 1, 8. 4, 1, 1, 1. Hatten wir. Dann haben wir hier noch einen Zettel. 6, 8, 5, 0. 8, 5, 0. Schau mal, sind das nicht die richtigen Kombinationen. 6, 8, 0. 8, 5, 0. 9, 3, 2, 1. 1, 2, 1. Wird ja auch rumprobieren, aber ich glaube da... 07 hier eigentlich haben wir das alles probiert ihr mann hier 704 das hat alles vielleicht Was ist vielleicht? also die 621 werden noch die 490 490 490 490 das ist schön dass wir hier als eine kombination also hätten wir wahrscheinlich hier noch gar nicht hin müssen mir jetzt nicht sicher ob das jetzt gut war ich gebe mal speichern aber diesmal würde ich das sagen wir speichern mal auf dem anderen wir ein bisschen was verbraten haben und ich bin mir nicht sicher wie gut das jetzt war im fall wenn wir sterben könnten wir uns halt noch umentscheiden wir müssen jetzt eh hoch die war ja sonst nicht ich mag ihn irgendwie nicht ist mir hier irgendwie tausendmal lieber plunder noch mehr wertloses zeug noch nicht alles blunder sein hier geht's rein aber wie eins was ich gelernt habe türen sind nicht immer gut hier liegt munition nichts ungewöhnliches außer ein paar tiere die ausgestopft worden noch mehr unnützes zeug noch ein geist der frisst immer so viel das ist so nervig das kann ich alles nicht brauchen jetzt ist erstmal gehen aber ja hier sind kisten und das sind so ein bisschen kisten sind denke ich mir immer hier kommt gleich noch was kisten deuten eigentlich immer auf eine falle hin wir haben den zweiten stock so weit erstmal geräumt ich bin mir nicht sicher ob ich mich freuen soll hier geht's rein hier geht's auch rein die ist abgeschlossen ein symbol in der form eines schwertes neben dem schloss eingerissen sehr schön der ist wenigstens verschlossen ich habe nicht erwartet dass wir jetzt einen speicherpunkt finden wir sind hier bei mr unnütz alles ist unnütz und unnütz wenn wir jetzt soweit schon sind brauchen wir den zweiten eigentlich auch nicht mehr wohnzimmer 33 ja nur 33 mal gespeichert noch gar nichts man man wo